Nee! Was? Hast du das gesehen? Shot. Okay, beide Shots. Da ist es nicht der Headshot für die erste Runde! Ich krieg' ein grenade ab. LOL Hast du nur zwei Schüsse gemacht? Ich hab das alles versucht. Ja. Kann nicht sein, dass da die Arbe kommt, ne? Ja, die Arbe hat mich gespeckt. Oben! Auf den Silo! Boah, was? Auf den Silo noch! Den Shot glaubt mir noch keiner! Bomber gejobbt. Noch an der B-Haus. Letzter B-Haus. Komm's euch! Good stuff, boys! Boah, hab ich mal den Shot gesehen? Komm, oben, Alter! Ich... Da geht nicht! Nein, in die Scheiße! Ich hab kein Problem, ob das Spiel... Gib mal noch! Weck deinen Nack! Reicht los, wir haben Platz 2, Ralf. Oh, die sind schon... Pimmel-Eck, oder? Das war das, die Steps. Dieter Bohlen-Eck ist, ja. Der ist hier rechts oder bei mir, oder? Ja, ja, ja. Dieter Bohlen. Nice. PENNY! PENNY! 50, ich hab hier einer! So verzweifelt! Alter, was war das denn?! Einer! Einer! Lass mich pennen! Lass mich pennen! Lass mich pennen! Alter! Julian, deine Flashes sind... Deine Flashes sind insane! Nein! Ich schwörde, meine Flashes sind so krass ohne Scheiß, Mann! Ja, aber wieso klebt die denn da auf'n Boden?! Der andere kommt DCT. Er hat CT-steppt. CT raus. Er ist 60. Nice! Nice, Alter! Der rechts hat gesteppt. Thomas? Thomas? Ich hab das nicht gehört. Hab ich auch nicht gehört, nö. Bei mir war nichts. Bei mir war... Da war kein Step bei mir, ganz sicher nicht. Bei mir auch nicht. 100% war da kein Step. Bei mir war das Step. Alter... Also ich hab dem... Bei mir war da auch ein Step. Ich hab dem sogar 88 gemacht im Drop noch, fuck. Keiner! Einer war am Drop. Summit! Was machst du denn? Du hörst es doch, dass du brennst! Junge, halt deine Schnauze, Alter! Oben ist einer! Oben, 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 oben! Oben! Gas mal! Ich flash einmal! Vorsicht! What? Negativ liegt genau in dir und eingegangen, Mann. Sky! Ich schwörde, meine Flashes sind so krass ohne Scheiß, Mann! Ne, da ist doch nicht Supreme, Mann! Junge! Ne, ne! Alter, was geht ab? Moin! Die Matze! Wir haben einen neuen Supreme! Wir haben einen neuen Supreme! Zum ersten Mal! Wer? Ja! Ja, wer wohl? Der In-Game-Lead! Ihr könnt ruhig sitzen bleiben, ist schon okay. Ne, ich stehe! Holy shit! Holy shit! Wie kann es denn, dass ich jetzt nicht Supreme bin, Mann? Ja, denk mal drüber nach, Junge! Ralf! Du bist zur falschen Zeit, am falschen Ort! Nur noch App sein! Ich sauber mich! Hä, wo ist denn der dann? WTF? No! Nein! Der ist abs! Der ist doch gerade, glaube ich! Ich wollte den lifen! Der ist im Mini! Der ist im Mini! Außen weg! Echt, oder? Ne, es steht immer! Hallo! Geh doch einfach down! Warum muss der mir denn noch den Headshot geben, Alter? Meine Rester, ey! Statt einfach down zu gehen! So wie seine ähnliche Mutter! Ja! Ich bin raus heute! Haut rein! Ja! Ich gas raus! Wohl! Thomas, flash mal einmal drüber! Kein Maserati, mehr 210! Schubs, die Leidorf A haben's nicht gesehen! Ich geb Gas! Ich geb Gas! Das macht Spaß! Das macht Spaß! Oh Gott! Ich geb Gas! Ich geb Gas! Die Stimmung ist hier wieder viel zu gut! Hoffentlich disconnected! Der kommt wieder mit Ragehack rein! Dreht sich ein paar Runden! Dass die Stimmung wieder beschissen ist! Das ist ja eklig! Schubs! Der Typ will mit 210! Schubs, der Bug hat's nicht gesehen! Das war Spaß! Komm! Was du tust? Geh mit! Nice! Und was? Hä? Ich hab das nicht! Kommt her! Kommt her! Der war eine Bombe, ne? Das sieht gar nicht gut aus! Nee! Ah! Das ist... Nee! Einer... Einer geht... Hedshot! 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 Underpass! Hedshot! Hedshot! Oh! Oben! 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 Down! Einer ist L! Einer kommt kurz, glaub ich! Da ist Kitchen! Kitchen! Kitchen down! Meine, der hat mich vorhin mal vor... Kitchen down! Hedshot! Alles klar! EZ! Bomba down! Getropped! Oh, der ist getropped! Minus 39! Oh, Thomas! Der war... Chris clean! Der war... Der war Chris, please! Crisp clean! Aim is off! Clara? Ja, soll ich jetzt aschen? Clara! Clara! Woosternzeit! Woosternzeit! Ja, komm, er kommt wieder schießen und der kriegt ja 20 AP! Der ist schwer! Einer kommt kurz! Einer kommt kurz! Leather Room drin schon! Leather Room drin! Leather Room drin! Noch einer kurz durch! Oh, ist das Lucky! Der ist auch voll unmade in der Fresse! Oh, ist das Mögliche! Einer kommt einfach! Kurz und durch! Der weiß wieder wo jemand steht! Das ist lächerlich! Bungle! Bungle war noch einer! Ja, ich kenne es. Boah, da macht er das Case fertig. Ohne Armor, Alter. Ganzig gute Spieler. Ich aim es doch ab und dachte mir, der ist doch nie so ein Bot und... ...setze ich in seine Smoke. Absolut perfekt, gut, ich darf sagen. Das war wirklich. Nach dem Screenshot. Nein! Was war das denn? Geile Scheiße. Absolut perfekt. Absolut perfekt. Hä, der hat doch durch den Smoke geschossen, oder? Ja, der hackt der dann. Ich versuche Waffenwechsel. Hab ich auch weggenaded? War ich zur falschen Seite? Was? Was? Toll? Hast du das jemand gesehen? Ja, ich hab's geschert. Ey, lass mal BG wieder. Ich smoke CT. Oh, weiß. Wenn ein Kelly bei uns angekommen ist, pushen wir drauf. Mit Vollgas. Flasch gleich Checkers rein. Ja. Gehen wir mit aus der Laufbahn, ne? Dope. Wenn ein Flash kommt. Zwei. Ich bin voran. Ich schwöre, meine Flashes sind so krass ohne Scheiß, Mann. What the fuck? Checkers rechts! Ende der Box! Ende der Box! Hinten schon. Einen noch irgendwo in Heaven oder so. Hintenlo. Heaven, 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 Heaven. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Rass mich an. Ja. Doch, doch, doch. Beide? Ich hab'n Rhein gesehen. Ich seh' immer für dich Junge, Alter Der schreibt mit dem Stabilo, Alter, ganz sicher Geiler Frucht 800 Stunden Alter Und hier befindet sich Kebabkralle in einer 1 gegen 4 Klatsche-Situation für das Game Tschüss